Klimawandel, dagegen können wir etwas tun. Alle. Klimawandel ist die stetige Veränderung des Klimas innerhalb von 30 Jahren. Es gibt zwei Ausprägungen. Zum einen den natürlichen Klimawandel durch die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Methan. Zum anderen den vom Menschen verursachten Klimawandel durch Abgase und Müll. Die Folge? Eisberge schmelzen durch den enormen Temperaturanstieg, der Meeresspiegel steigt und Unwetter nehmen erheblich zu. Was hat das mit Ihnen zu tun? Ein Beispiel. Emily arbeitet bei den SWN im Büro. Sie hat öfter längere Außentermine und macht dann folgende Fehler. Der Computer bleibt an, das Licht brennt, das Fenster ist auf und die Heizung läuft. Das führt zu einem erheblichen Energieverbrauch, der gar nicht notwendig ist. Was sollte sie tun? Computer und Licht aus, Fenster schließen, wenn die Heizung läuft und ganz wichtig, Augen auf im Betrieb und mitteilen, wenn sie sehen, dass Energie verschwendet wird. Wir alle müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Auch kleine Dinge helfen dabei. Das Wohl der Erde liegt in unseren Händen.